So, hier so ne Tasche voll, markierst du hier einfach mal? Hier rechts? Ja, da oben. Wir müssen einfach in den weißen Kreis rein, da können wir es dann einfach so sammeln. Moment, ich markier mir mal. Kevin und ich haben vor, Heroin zu ernten. Also ist legal, oder, Dudu? Absolut. Wer macht das nicht? Wir dürfen halt echt nicht angehalten werden. Ich sag, da durst du mir in die Taschen gesteckt. WTF? Also wir machen nichts ins Auto, weil wir können uns dann noch kurzzeitig retten, weil wir können das zerstören. Okay. Und dass die es uns nachweisen können. Müssen wir auffassen, hier, die Cops sind nämlich überall, die sind hier irgendwo und verstecken sich und springen dann raus und hey! Ja, aber solange wir hier noch nichts machen. Ja, aber wir stehen einfach so offen. Also jetzt einfach hier rein fahren, oder was? Ja, einfach hier rein, links in den weißen Kreis musst du rein. Okay. Ja, aber du hast ein Night Vision, oder? Ja. Dann fahr bitte ohne Licht, oder mach es bitte aus. Ähm, okay. Okay, jetzt einfach hier stehen. Wir können es auch mitten am Feld machen, aber wir gehen an den Baum ran, ist cooler. So, aussteigen. Dann... Mausrad und nehmen. Abschließen. Gather Heroin. Yeah. Und was hast du dann in deinem Z-Inventar hast du es? Hat das jetzt schon geklappt? Ja, im Z-Inventar kannst du gucken. Irgendwie macht der hier keine Animationen, keine Ahnung warum. Vielleicht ein bisschen verpackt, oder? Wie oft machen wir das? Ach, wir nehmen ein paar mal mit, bis wir voll sind, oder? Okay. Dann müssen wir zum Prozessor, nach oben. Aber hier müssen wir leise reden, nicht dass uns jemand hört. Ja. Okay. Ich bin hier nur zum Pinkeln. Achso, was ist in deiner Tasche drin? Pinkel... Steine. Ja, Tulu, du bist natürlich hier super auf den Server gekommen. Direkt mal eine Karre, direkt auf dem Heroinenfeld gebandelt. Direkt von Banditen abgeballert. Genau. Andere sammeln erstmal Äpfel einen halben Tag und kaufen sich dann ein Auto. Also ich tue gleich Heroin ernten hier. Genau, Tulu steckt direkt so ein. Ist auch okay. Ganz großes Kino. Woran sehe ich, wann ich voll bin? Also im Z-Inventar hast du oben rechts Gewicht, wo das Gewicht erreicht ist. Ja, dann geht noch ein bisschen was. Dann geht noch ein bisschen was, okay. Dann kannst du mal auf dein Wett noch schauen, wir müssen nach oben links, wir müssen jetzt den Weg wieder leider zurück zur Heroinverarbeitung. Du kannst mir jetzt nur mal schnell verraten, wie ich das Heroin verschwinden lassen kann, wenn die Cops kommen. Wollen wir das jetzt schon machen, oder nicht kurzfristig? Nee. Z. Dann wählst du aus. Heroin. Ich habe jetzt achtmal, ne neunmal dabei. Ja, ich auch. Und dann kannst du auf Remove drücken. Mach es einfach einmal, dann geht eins weg. Dann drückst du es ganz schnell neunmal, dann ist alles weg und keiner kann uns was nachweisen. Okay. Hast du gesehen, ja? Ja. Okay, gut. So, ich habe neunmal dabei. Ich auch. Und das Auto abgeschlossen, perfekt. So, und jetzt können wir direkt wieder hoch zum Heroinhandel. Wo ist der? Oben im Norden wieder, leider. Heroinverarbeitung. Genau, da müssen wir hin. Und dann müssen wir noch gucken, irgendwo muss noch ein Drogendealer sein. Aber der ist ziemlich weit weg. Oh, sechs Kilometer. Oh, da fliegt ein Flugzeug. Puh. Äh, Hilly, ja. Oder ein Hilly. Oh, ja, hoffentlich sieht er uns nicht. Das können doch die Crops sein. Soll ich mir mal hier so einen Baum? Ich glaube, der sieht uns nicht, oder? Naja, der dreht eh ab. Ach, deswegen machen wir doch gar nichts. Nee, wir haben auch nichts dabei. Wir haben doch nur Blumen gepflückt. Ah, okay. Soll ich einfach querfeldein fahren? Äh, Straße geht halt schneller, aber ist halt die... Du musst auf jeden Fall mit Licht fahren tun. Licht heißt immer legal unterwegs. Ja, aber wir sind nicht legal unterwegs. Ja, aber wir müssen es vortäuschen. Oh Mann. Und am besten auch Straße, ich weiß nicht. Ja? Wäre besser. Ja, hier kommt doch was. Jetzt rechts hier, genau. Ach, ja, legal unterwegs mit den Taschen voller Heroin. So muss das sein. Ja. Ich habe keinen Kokain, sondern nur Heroin. Na, 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 na. Na, 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 na. Ähm, fahren wir mal da lang. Und jetzt wieder links gleich? Ja, genau so. Ich lot's uns mal ein bisschen. Da vorne leuchtet was? Ja, das ist eine Stadt, glaube ich. Ja, ich glaube schon Bullen. Nee, nee. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Also später können wir gerne mal... Ich habe keinen Heroin-Officer. Kevin hat das Heroin. Du kannst es auch gerne mal dann behalten. Mal gucken, was er macht. Vielleicht will er es haben. Ja, sag's einfach. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. What the fuck? Hier weiter, ja, perfekt. Jetzt immer der Straße vorher und dann kommen wir auf der Hauptstraße wieder. Wie viel Geld können wir damit mit diesen neuen Heroin jetzt machen? Jetzt haben wir mit dem, bringt überhaupt nicht viel. Also wir machen jetzt hier nur so ganz kleinen Kram. Also normal fährt man dann mit dem LKW oder mit dem Heben. Wir bekommen jetzt vielleicht 15.000, 20.000 oder so mehr bekommen wir nicht. Jetzt hier links. Das klingt aber für meine Verhältnisse schon nach viel. Ja, aber wir machen mit einer Salzlieferung um die 450.000. Und ja. Okay, dann sind das andere Dimensionen, in denen du rechnest. Ja, also 100.000 ist eigentlich, wenn du eine Gruppe hast, nicht viel. Schau mal, vor uns geht der Heli runter. Oh. Ja. Falls das eine Heli ist? Also wenn es Polizei ist, der kann auf jeden Fall auch, glaube ich, dann machen. Ups. Haben wir einen Poller umgefahren? Hoff nicht. Dass es Polizei ist. Hahaha. Wie du sich die Stadt geschossen bist, ey. Gerade vorhin. Hammer. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Zumindest ein altes live. Ja. Oh, Hase überfahren. No. Da vorne kommt es gleich wieder. Die Polizeistation. Beziehungsweise die Sperre. Ja, 160. Geht schon. Ja, ist mit unserem Bankraub los. Da ist noch gar nichts los. Leere Versprechungen. Was da? Wieder ein kaputter Braller. Oh, geht da vorne ein Heli runter. Wie viel Geld kann man mit so einem Banküberfall machen? Also wir haben letztes... Ne, nicht letztes Mal. Heute erst. Tatsache, da landet ein Heli. Mach ein bisschen langsamer. 75.000, das ist die Polizei. Piep. Heiz einfach durch, tu du. Was jetzt? Mach langsamer heiz durch. Ich weiß nicht. Mach was du willst. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin neu. Hubschrauber. Ja, dann schnell durch, um keinen Stress zu verursachen. Oh, da kommt einer entgegen. Das ist auch Polizei. Da stand doch Hunter, da war das nicht dieses verbotene Auto? Ja, aber die Polizei hat das in schwarz und da ist es erlaubt. Was ist hier los, tu du? The fuck? Irgendwas ist hier im Gange. Holy shit. Egal, Hauptsache sie wollen nicht zu uns. Ja, das ist... Oh, oh, da kommt noch einer. Achtung, war auf deiner Seite. Hey man. Der hat bestimmt Heroin dabei. So, lass mal schauen, wie weit haben wir denn noch? Gar nicht mehr so weit. 1,5. Das ist ganz gleiche links. Ja, verdammt. Ah, die nächste geht auch. Da kommt noch einer. Heroin Händler, ich hab die erwischt. So, dann fahr mal... Ja, hier ist es noch... 1,5 Kilometer können wir auch durch die Bahn. Durch die Depp hier fahren, oder? Ja, locker. Was geht denn da vorne ab? Alles von der Bull? Vielleicht sind die Banditen weitergezogen. Vielleicht haben die irgendwas spitz bekommen wegen dem Bankraub. Der, der nie stattgefunden hat? Na, der kommt gleich, glaub mir. Oh. Undercover, Mau. Achso, ja. Ich hab das Licht ausgemacht, damit ich es mit dem Night Vision, damit ich da besser sehen kann. Ja, wenn wir ohne Licht fahren, bekommen wir eine Strafe, aber macht nichts, weil wir... Wir haben ja eh Heroin dabei, also von daher ist es wurscht. Ja, das wird echt dunkel. Sei froh, dass du Night Vision hast. Ja, hättest mal besser auf mich gehört, dann hättest du jetzt auch eins, Kevin. Aber so ist das halt als Noob, ne? Oh, da kommt schon ein Officer wieder online. Oh, dann machen wir... Achso, nur online. So, jetzt mach ich auch mal Licht an hier. Das Problem ist, wo ist ein Drogendealer? Alle geschnappt? Nein, das sind so ganz normale Punkte, wo du das abgeben kannst dann. Ich schau mal kurz auf der Map. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder tausend Kilometer mit fertigen Heroin rumfahren. Genau. Mit Prozessin Heroin. Geil. Also richtig cool so. Ghetto. Was haben wir denn hier? Bankautomat. Wird dann da die Strafe teurer, wenn wir mit fertigen Heroin unterwegs sind? Das weiß ich nicht. Wurde bisher nur einmal erwischt. Drogendealer. Ah, hier am Airfield direkt. Ach, so weit ist es doch klar. Alter, es ist so hell. Ich seh die Bäume gar nicht mehr. Wheel is arranged. Ja, ich steck in Bäumen. Wieso bist du da eingefahren? Du hast gesagt, fahr doch hier querfeldein. Ups. Ah, ne, ein Baum. Können wir fahren, ja? Ja. Rad ist noch dran? Perfekt. Gut, hier muss er irgendwo sein, Tulu. Dann? Lass mal Licht an einfach, egal. Ähm, aussteigen und abschließen. Und alles überbelichtet. Kannst du auch noch ausmachen, hier ist echt hell jetzt. Wo ist er denn? Da drin? Ah, hier. Klopf, klopf. Hallo, Mr. Heroin. Lol, ich hab kein Heroin-Training. Du auch nicht. Hast du 25.000 dabei, mit Z? Nein. Alles auf der Bank. Wir können es nicht prozessen, weil wir haben kein Training dafür. Das heißt, wegschmeißen. Ähm, wir können es wegschmeißen. Wir können aber auch schnell nach Sofia fahren. Das ist nicht weit, ein Kilometer oder 1,5 und uns da eine Lizenz kaufen. Ne, uns Geld holen und dann können wir wieder hierher und es prozessen. Job. Ah, super, Scheiß-Trick. Ah, super, Scheiße. So weit hab ich nicht gedacht. Ja, immer diese Trainings und alles hier. Hm, not good. Ja, warte mal. Hier ist doch, hier ist doch die Bank, ähm, oder nicht? Nö, wir müssen jetzt noch Sofia fahren. Achso, ne, da oben sind wir erst. Ja, ist da oben. Hm, nam 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 nam. Sofia, ähm, Bankautomat. Yeah. Ist markiert und viel zu hell. Lass das Licht wieder ausmachen oder lass es an, ist egal. Ich lass es mal an. Fahr ich ohne Nightwishen. Brrm, brrm, brrm. Brrm, brrm. Also, Wheel ist orange, okay. Ja, das macht nur nichts. Brrm. Oh, oh. Also, wenn der hier landet, dann schnell Heroin wegschmeißen, ne? Ja, ja. Genau. Ah, er hat uns nicht gesehen, zum Glück. Sicher? Was macht der denn? Dreht er wieder? Suchen irgendwas. Komisch. Also, es ist nicht so, dass ich gegen irgendwas gefahren bin und wir deswegen jetzt laufen. Nein. Ähm. Es ist, weil politische Quellenzen im In- und Ausland haben dafür gesorgt, dass ich mein Auto gespendet hab. Ah. Deswegen laufen wir. Okay. Also, Gekko, was ist los mit dir? Sag, du hast, was das Geld bringt. Ich kipp's einfach, ohne was zu sagen. Also. Hä? Hast du ihn gegeben? Ja, irgendwie schon, aber... Hier ist gar nichts los. Ich hab noch vier Stück, auf einmal. Ja, hat wahrscheinlich nicht so viel Platz. Ach so. Hast du das gar nicht gemerkt, oder was? Also, oben rechts stand dort, dass du es dem gegeben hast, Luli. Ja. Gib dir mal was. Auf Selected Item. Sag, hast du was bekommen oben? Okay. Hast du das nicht gemerkt? Oder er denkt, ich wollt's ihm jetzt verhökern, oder was? Wir müssen unseres jetzt wegmachen und die Polizei rufen und sagen, der hat's. Wollen wir das machen? Ja komm. Hast du das wirklich gegeben? Hä? Ne, ich hab wieder sechs Stück. Kann das sein, dass er das nicht annimmt, oder so? Ne, er muss es... Ich hab's dir auch einfach gegeben. Und du kannst nichts dagegen machen. Probierst es mal. Und dann hat er ja keinen Platz. Ich glaub, er hat einen Riechtimbraden. Ah, jetzt hab ich dir welche gegeben. Genau. Hast du richtig gemacht? Jetzt hab's das einmal bekommen. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ne, irgendwie... ...klappt's wohl nicht. Hm, komisch. Die kommen immer wieder zurück in meinen Inventor. Komisch, komisch. Was für ein Auto? Schade, das ist so geil. Ich bleib schonmal auf Remove. Okay. Das ist ein normales Auto. Ich geh mal schnell nach vorne und schau mal, wieviel der... Ne, ich komm mit. Der kann nicht fahren. Ich hab's noch kein Geld mitgenommen, weil ich will nicht so viel Bargeld dabei haben. Das wär echt lustig, einem Heroin unterjubeln und dann schnell die Cops rufen. Hier kann man das doch irgendwo kaufen, oder? Ich seh's nicht. Ja, ja, du stehst davor. Ich würd gern den SUV kaufen. 52.000. Okay, ich hol schnell Geld. 52.000. Und der Truck? Truck ist dieses ganz große Ding dann? Ja, ne, nicht der ganz große. Der ganz große Truck kostet, ich glaub, 350.000 oder so. Boah, warum kann man den nicht hier kaufen? Den kannst du nur im Truck-Shop kaufen. Du weißt, der mittlere Heli kostet schon 1,2 Millionen. Ah, wieviel hat das gekostet? Ich nehm mal 60.000. 52... Warte, ich schau nochmal nach. Cash-Shop, äh, 52.500. Okay. Und jetzt wirst du überfallen. Na, das macht nichts. Der verfolgt mich, der verfolgt mich. Oh Gott. Schnelle kaufen. Der folgt immer noch. Der kommt. Stehen bleiben. Was in der Farbe bitte du? Silber, Orange oder Rot? Dann Schwarz. Hmm, Silber, Orange oder Rot? Hmm... Orange. Orange. Du musst hier gleich irgendwo stehen. Achtung, nicht da. Da. Ist er da. Ich geb dir schnell die Schlüssel. Bam, bam, bam. Keychain. Offroad. Toto. 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 Giff. Ja. Keine Frage. Yeah. Gehen. Yeah. Und jetzt hast du ein cooles Auto. Wer hockt hier? Wir verfolgen den. Wir halten den an. Wo ist er? Stecken dem Heroin zu. Wo ist er? Da vor uns steht einer. Links läuft einer. Ey, das ist eine Straße und kein Parkplatz. Na ja. Wir fahren nochmal zur Polizei. Dann sage ich, dass du den Heroin dabei hast. Habe ich? Auch habe ich immer noch. Tatsache. Ich habe auch noch. Wohin fahren wir jetzt? Fahr nochmal da runter. Schnell zur Straßensperre. Dann können wir nochmal... Warte mal, da folgt der. Der wendet da hinten, oder? Weiß es nicht. Wie schnell fährt die Kiste? Ja, testen wir nochmal, oder? Oh je. Oh oh. 65.000. Am Arsch. 60. 52. Da fahre ich lieber mit Night Vision. Aber ich glaube der hier läuft sogar 200. Ach du Scheiße. Fast 200. Beat Test. 140. 150. 160. 170. 180. Holy shit. 190. Wow, das ist echt schnell. 200. Beschleunigt weiter. Echt? 210. Scheiße Kurve. Oh! Oh! Wir sind tot. What the fuck? Das war zu schnell. Oh nein! No! No! So viel Kohle, man! Verheizt! Ja, so ist das Leben. Okay, was ist los? Was? 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 Boah! throwing and